Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es einen Foundation Freitag und zwar geht es heute um die altmodische Bare Minerals Original Foundation. Wenn ihr also sehen wollt, was ich heute zu diesem alten Schätzchen hier zu sagen habe, bleibt dran, es geht direkt los. Foundation Freitag mal wieder und diesmal mit einer mega altmodischen Foundation, würde ich mal sagen. Überhaupt keine Neuheit, nichts Wildes, aber trotzdem irgendwie wieder auf meinem Radar. Aber ich weiß nicht warum, was mich geritten hat, ich weiß gar nicht. Ich weiß ganz, ganz früher, noch ganz lange bevor ich YouTube gemacht habe, gab es natürlich nicht so viele interessante Sachen auch in Deutschland. Muss man ganz einfach sagen. Also es war, im Grunde hatten wir die Drogerie, so ein bisschen so Klinik und sowas vielleicht, aber viel mehr gab es ja nicht. Und da gab es ja immer wieder Bare Minerals und so bei QVC und so. Ihr wisst noch, ne? Und dann habe ich es irgendwann mal bestellt und ich weiß gar nicht, ich glaube es gab es dann irgendwann bei Douglas. Ich glaube ich habe das selbst nie bei QVC bestellt. Ich bin mir nicht 100% sicher, das ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Und ich war blown away, kann ich euch sagen. Also ich weiß noch damals diese Experience, also diese Erfahrung zu machen, dieses, äh, wie ging das nochmal? Tap, swirl and tap oder sowas in der Art, ne? Wisst ihr noch? Und dann buff? Ihr wisst bestimmt noch. Wie ging das nochmal? Warte mal, steht das hier in den Anwendungs, äh, Swirl, tap and buff. So hieß es. Ähm, kommen wir ja auch gleich zu, das war wirklich so, wow. Wow. Und ich hatte auch zwei verschiedene Farben, weil ich dann eine falsche Farbe hatte, könnte uns diesmal auch blühen. Ähm, die ist vielleicht ein bisschen dunkel. Ich habe hier die Golden Ivory, wollen wir mal schauen, wie das, wie sich das dann fügt. Und dann hatte ich auch dieses Mineral Veil, oder wie das hieß, so dieses Finishing Powder, das war mega. Und dann gab es ja auch einen Concealer, auch in Puder. Äh, ich war voll, ich war voll dabei. Ähm, ist natürlich alles altmodisch, lang, lang ist es her und dazwischen ist viel passiert. Trotzdem hatte ich Bock, es wieder zu benutzen. Und zwar die Bare Minerals Original SPF 15 Foundation. Die ganz normale, es gibt die jetzt auch in Matt, es gab die ja zwischendurch auch, glaube ich, in Glowy, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und, äh, wie gesagt, ich habe hier die Farbe Golden Ivory 07. Und die ist, ich bin jetzt hier bei Douglas unterwegs, ähm, zum Teil auch immer wieder reduziert. Also, es gibt einige Kosten 41,99 Euro und einige Kosten 27,99. Das ist hier so farbabhängig. Manche Farben sind, äh, im Angebot und manche nicht. Ähm, ja, also dann wisst ihr so ungefähr einen Preis. Wie gesagt, ich habe meine bei Douglas bestellt, ist auch schon eine Weile her, habe ich euch ja schon vor langer Zeit auch gezeigt. Ähm, und ja, im Grunde, ähm, ist diese Foundation eine Mineral Puder Foundation. Also es ist schon spektakulär auch, was hier steht, ne? Ja, also die Bare Minerals SPF, äh, Original SPF 15 Foundation ist so rein, dass man damit schlafen könnte. Das machen wir selbstverständlich nicht. Obwohl, wenn man testwert, es würde nichts passieren natürlich. Also, jetzt, wenn ich jetzt heute Nacht damit schlafen würde, würde da nichts passieren. Ähm, sie sieht aus wie ein loses Puder, fühlt sich an wie eine geschmeidige Creme und lässt sich auftragen wie zarte Seide. Äh, die innovative Foundation ist lediglich, lediglich aus fünf, die lediglich aus fünf reinen Mineralien besteht, verleiht der Haut makelloses Aussehen, natürlich strahlenden Tarn. Oh, ohne künstliche Konservierung, Stoffe, Talg, Wachse und künstliche Binde- und Füllmittel oder Duftstoffe aus, was natürlich wirklich toll ist. Auch Personen, die unter Pickeln, Narben, Rosazea, Pigmentstörungen leiden, schenkt die Foundation von Bare Minerals ein makellos gleichmäßiges Finish, das bis zu acht Stunden hält. Das, das werden wir mal sehen heute, ne? Wie lange die so gut aussieht. Der Lichtschutzfaktor 15 mit UVA und UVB-Filtern schützt die Haut effektiv vor Sonnenstrahlung, äh, ganz ohne Chemie. Mhm, 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 ist leicht und angenehm zu tragen, gleichzeitig eine verlässige Deckkraft und klinische Studien haben bewiesen, la dida dida, dass die Haut positiv beeinflusst, wenn man es länger benutzt. Ja, und, ähm, es gibt zwanzig verschiedene Farbnuancen, also es sind mehr, oder nicht? Sind das hier zwanzig? Das sind doch mehr als zwanzig. Ich würde behaupten, mittlerweile sind es mehr als zwanzig, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, sieben, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Es sind deutlich mehr als zwanzig. Also, könnt ihr mal, äh, aktualisieren, Douglas, eure Beschreibung. Es sind deutlich mehr als zwanzig. Früher gab's, glaube ich, äh, Fair, Light, Medium, Deep, Dark, oder so. Also, da gab's jedenfalls keine zwanzig. Ähm, bin mir nicht mehr so darüber im Klaren, wie das mit der Feuchtigkeit und Trockenheit der Haut ist. Meine Haut ist im Moment ganz okay. Ich hab hier, äh, irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich hab da einen Pickel gekriegt, woher er auch immer kommt, I don't know. Ich werde auch mit meinem Concealer und mit meinem Pinsel dabei gehen. Sorry. Ähm, genau, hier ist irgendwie was los, äh, auch hier so ein bisschen. Ich weiß eigentlich, weiß nicht, warum bei meiner Haut ist, ihr könnt denn die, ist extrem geil glowy, ne? Sieht geil aus, ne? Bis auf diese paar Unreinheiten hier. Nee, ich weiß nicht, wo die herkommen. So was kommt halt manchmal. Äh, ich habe drauf den, äh, Primer von Mild. Den hab ich jetzt schon drauf gemacht, hab den so ein bisschen einziehen lassen. Ähm, der funktioniert bei mir im Moment echt mit allem. Das ist ja dieser schaumige, ne? Was ich ziemlich gut finde, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich es finde, würde ich ein bisschen Concealer auftragen. Ähm, nur unterm Auge, also ein bisschen Corrector, ähm, und sonst nichts. Also ich, wenn ich jetzt kein Foundation-Freitag machen würde, dann würde ich hier und hier wahrscheinlich ein bisschen Grün-Corrector drunter machen. Äh, das würde ich jetzt, mach ich jetzt aber nicht, weil, äh, ja. Wir gucken mal, wie die Foundation das alleine kann. Ähm, ich kann mich echt gar nicht mehr so richtig erinnern. Und es gab ja dann, also die war ja schon ganz gut, aber dann gab es irgendwann diese Mineral, Mineral, Mineral Puder Foundation von Laura Mercier. Okay, und die war ja, wisst ihr noch, ihr wisst es noch. Bestimmt. Und die war so sensationell geil. Also ich habe die auch noch. Davon noch Reste. Ähm, ich weiß, es gibt viele von euch, die da hinterher trauern, was ich auch wirklich gut verstehen kann, weil die war wirklich extrem geil. Also, wann war das so? Vor den 2000ern, denke ich mal, ne? So, 18, 19 oder so in die Richtung. Ja, die war richtig gut. So, nur so ein bisschen, ne? Meine Augenringe. Ich habe ja nicht so viel Schlaf gekriegt. Ich musste ja in Bridgerton gucken. Gott, Leute. Mein Gott. Habt ihr schon gesehen, die dritte Staffel? Also, die ist ja, ich habe jetzt gehört, in zwei Teile aufgeteilt. Und der erste Teil hat vier Folgen. Und ganz ehrlich, meine Güte, was haben sie denn mit dem kleinen Dingens gemacht? Mit dem kleinen Bridgerton-Jungen? Also, wirklich. Hui. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ach so, so. Anderes Thema. Also, voll geil. Schreibt mal. Schreibt mal. Habt ihr Bridgerton geguckt? Und wenn nicht, warum nicht? Also, es ist schon speziell und kitschig, aber so geil gemacht. Also, wirklich. Ich finde, eine der besten Serien seit ganz langer Zeit. Ich habe mir jetzt ein bisschen in den Dings hier reingemacht. Hab das in meinen Pinsel eingearbeitet. Und den Überschuss, das war wahrscheinlich zu wenig, klopfe ich ein bisschen ab. Und fange einfach mal an und buffe. Na, ihr seht, ne? Also, es ist schon, doch, es ist schon was angekommen, aber nicht so viel. Und dann, tap, swirl and buff. Genau. So, ja, dann. Ich habe mir jetzt einfach mal hier so einen Pinsel rausgesucht. Und seht ihr, hier ist was drin. Ich nehme das mit meinem Pinsel auf. Swirle. Damit das sich schön im Pinsel vereinigt. Und dann buffe ich das auf meine Haut. Bin ich eigentlich nicht so gewohnt. Ich bin ja eher so der hier. Ne? Wisst ihr ja. Man sieht schon direkt, ich weiß nicht, meine Haut das trockenheitsmäßig mitmacht. Die ist ja wirklich sehr trocken, kann man nicht anders sagen. Ich nehme noch was nach. Es ist natürlich so eine Art von Puder. Wir sind ja jetzt Puder-Sachen gewohnt und so, die unsere Poren quasi verschwinden lassen. Ich finde nicht, dass sie das kann. Trüge. Oh mein Gott, da habe ich aber Trockenheitsfältchen. Okay. Hm. Sieht aber gut aus, ne? Also, optisch. Guck mal. Gemacht. Ungemacht. Also, nicht schlecht, ne? Ich finde, wenn man ganz nah rangeht, sieht man schon relativ stark, dass meine Poren hier hervorgehoben sind. Sagt mir mal, gibt es vielleicht noch ein paar andere Sachen, altmodische, von früher, wo ihr sagt, Jenny, nimm das nochmal unter die Lupe. Ich will nochmal wissen, wie das, wie das heute so performt. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, es ist hier leider in dem Bereich, ich ziehe euch gleich mal ran, nicht ganz so schön. Wobei dieser Bereich hier, der ohne, ohne Poren, wirklich sehr gut aussieht. Guck mal, es ist natürlich sehr schön, natürlich glowy. Und hier, finde ich, sind meine Poren recht stark hervorgehoben. Und diese Falten hier, die kommen sehr stark raus. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool, weil man kann, äh, es sieht wirklich im Grunde so aus, als hätte man gar nichts auf dem Gesicht, oder? Es sieht ja nicht aus, als hätte ich Make-up drauf. Das finde ich schon ganz schön. Ich mache mal die andere Seite, die schlimme. Die schlimme Seite. Schlechte Seite in mir. Mensch, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen von dem jungen Bridgerton? Fällt mir das nicht ein. Der wurde oft genug genannt. Jetzt kann es mir nicht merken. Okay, jetzt habe ich zu wenig abgeklopft, glaube ich. Ich denke, man muss sich auch erstmal wieder so ein bisschen daran gewöhnen, an die ganze, ja, wie viel braucht man, wie viel zum Auftragen. Und so weiter und so fort. Sieht wirklich sehr gut aus, ne? Ich meine, die Seite, die Foundation hat sich hier natürlich auch nicht so leicht. Ist ganz klar. Aber trotzdem finde ich, das würde mir jetzt absolut ausreichen, ne? Also, ich bin ja auch eh nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss, äh, hier super krass alles abgedeckt haben. Es reicht mir ja, wenn meine Rötungen ein bisschen taschiert sind und alles in allem so ein bisschen ebenmäßiger aussieht. Äh, ist meine Brille heute schief? Geht. Ich glaube, meine Lichteinstellungen kommen von da nicht so ganz günstig, ne? Ja, mal gucken. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ach, wisst ihr, ich bräuchte so jemanden, so, so einen für Licht und Technik, weiß ich, was hier, so einen, das so, hier, ein oder ein, nee, die hier so stehen und mir dann so, ähm, das Licht einstellen und, was weiß ich, so eine Kamerafrau oder so. So, das wäre geil. Ich bin nämlich voll, das ist einfach nicht meins, ne? Also, das habe ich nicht gelernt und, äh, gut, das hier auch nicht, aber da ist auch nicht meine Leidenschaft. Äh, schmeckt man bestimmt auch. Hm, gut. Was natürlich nicht schlecht ist, man hat einfach eine einzige Schicht, äh, und hat damit alles gemacht. Foundation, Puder, Schubidu, ähm, ja, Concealer brauche ich jetzt auch nicht mehr, finde ich, mit dem, mit dem, äh, Corrector da drunter und so. Und ich glaube halt gerade, dass es eben für den Sommer geil ist, weil man, also ich persönlich, ich kann das im Sommer, mag ich das nicht so gerne, wenn ich so richtig so flüssige Foundations drin habe, weil ich, ich neige dazu, auch im Gesicht zu schwitzen. Ich bin so ein Gesichtsschwitzer, ne, und auch Kopfschwitzer. Und, äh, wenn es dann hier eh schon alles nass ist und man hat dann noch eine feuchte Schicht auf dem Gesicht, also mich stört das ungemein. Dementsprechend, ähm, bin ich da auch absolut der Typ, äh, für so, für solche Produkte im Sommer. Und, ähm, was sagt denn der Minerals eigentlich dazu, um solche Johnnies hier noch abzudecken, frage ich mich. Äh, das würde mich ja mal interessieren. Gut, wir machen dann gleich noch Kontur und alles und dann fällt das nicht mehr so auf. Also, es ist jetzt, ähm, 11 Uhr, Halleluja, ja, ich bin heute ein bisschen später zum Drehen gekommen. 11 Uhr. Es ist so, ich drehe jetzt noch ein anderes Video, wo ich meinen ganzen Look hier fertig mache. Und, äh, wenn das alles fertig ist, dann komme ich wieder mit ganz viel Blush. So, Gott, ich liebe, ich liebe euch so. Ich liebe euch Abonnenten und Abonnentinnen so sehr, weil ich hatte unter meinem letzten Foundation-Freitag hat irgendjemand kommentiert, ähm, was ist denn mit dem Blush passiert? Das, äh, weniger wäre besser oder sowas in der Art. Und dann hat eine von euch da drunter geschrieben, äh, ähm, so von wegen, äh, bist wohl nicht so oft auf Jennys Kanal unterwegs. Das ist doch ihr Geschmack, so, ne? Und dann dachte ich mir so, ja, ihr seid so süß. Ich brauch gar nichts sagen. Ich sag gar nichts. Ich sag auch nichts. Also, ihr müsst auch, ihr müsst das auch nicht machen. Also, ihr müsst mich nicht irgendwie in Schutz nehmen oder irgendwie sowas. Dürft ihr gerne machen, müsst ihr aber nicht. Also, fühlt euch da nicht zu verpflichtet. Aber ich fand's irgendwie voll süß, weil ich dachte mir so auch, ja, geht dich der fuck gar nichts an, wie viel Rouge ich trage. So, äh, ja, passt auf. Wir sehen uns gleich fertig geschminkt. Hier ist sie. Ich hoffe nicht mit zu viel Rouge. Doch. Leute. Also, ich finde, dass diese Foundation einen Hauch meine Textur hervorhebt. Also, so ein bisschen die Fältchen auf der Stirn, so ein bisschen hier die, ähm, um den Mund rum und so hier meine Faltenporen und so, ne? Sie sehen schon ein bisschen hervorgehoben aus. Äh, trotzdem finde ich, dass alles sehr schön, ähm, in einander verschmolzen ist. Die Produkte hinterher ließen sich super auftragen. Und ich finde, es sieht auch eigentlich aus, als hätte ich überhaupt nichts auf der Haut, muss ich wirklich sagen. Ich ziehe euch auch gleich nochmal ran. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt die nicht so testen würde, wie ich es heute teste, äh, nochmal einen anderen Primer benutzen, etwas noch saftigeres wahrscheinlich. Und wahrscheinlich jetzt noch ein Setting Spray benutzen. Das lasse ich aber jetzt mal weg, weil, ähm, es fühlt sich jetzt nicht schlecht an. Also, ich habe nicht, wisst ihr, wie bei der Natasha Denona Foundation, ähm, Puder Foundation, als es mir, nachdem es mir so schlecht ging, ähm, ich so, äh, nee, ich hatte richtige Trockenheitsschmerzen im Gesicht. Das ist übrigens nicht mehr so ist mit der Natasha Denona Foundation. Ich werde auch zu der nochmal, ähm, was sagen. Äh, ich benutze die in letzter Zeit als so Finish oben drüber. Sehr gut. Nur aufpassen, wenn man sehr trockene Haut hat. Das muss man einfach sagen. Hier ist es jetzt jedenfalls so, äh, dass es einfach aussieht, als hätte ich gar nichts auf der Haut. Die setzt sich nirgendwo irgendwie ab. Die, ähm, macht keinen, keinen Stellen irgendwie, die komisch aussehen oder irgendwas oder, also ich finde, es sieht fantastisch aus. Ich würde es halt, wie gesagt, vielleicht noch mit ein paar anderen Sachen kombinieren beim nächsten Mal. Äh, aber ansonsten muss ich echt sagen, es sieht wirklich... Und die Farbe, Leute. Die Farbe ist astrein. Also, auch jetzt, äh, für den kommenden Sommer. Kannst mir halt auch vorstellen, wenn der Sommer jetzt so richtig kommt, habe ich auch nicht so ein dolles Problem mit trockener Haut, äh, dass die vielleicht dann genau das Richtige ist. Ich ziehe euch jetzt nochmal ran. So. Hier bin ich. Seht ihr, was ich meine? Ich finde, meine Falten auf der Stirn sind schon... Was eine hat neulich kommentiert, äh, die... Der Alterungsprozess kommt in Schüben und ich... Wenn das so ist, berichtet mal. Dann habe ich gerade einen gehabt. Das kann ich euch sagen, weil ich finde, insbesondere hier, äh, sehe ich seit neuestem sehr faltig aus. Auch hier, die sind neu. Die sind schon... Nicht neu, aber die sind schon intensiver geworden. Ja, so Trockenheitsfältchen, ne? Muss man einfach sagen. Die sind tolle. Aber ansonsten, guck mal. Oh, schon richtig geil. Es sieht... Seht ihr das, wie toll und glossy und glowy das aussieht? Also ich finde das extrem fresh und so. Aber ich habe hier jetzt... Ich habe ja nichts weiter drauf, natürlich auf den Wangen, klar. Aber hier überall, ähm, dieses freshe, glowy-ige, das kommt halt von der Foundation, ne? Sieht wirklich gut aus. Ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch hat die noch irgendwo im Schrank, oder? Kramt die mal raus. Also ich hatte meine nicht mehr. Ich habe die jetzt frisch gekauft hier. Wobei ich glaube nicht, dass das wirklich, dass das irgendwelche Relevanzen hat. Kann natürlich sein, dass sie was umformuliert haben oder sowas. Das weiß ich nicht, aber, äh, das wird ja nicht schlecht, ne? Also, äh, das könnt ihr wahrscheinlich in 300 Jahren noch benutzen. Äh, dementsprechend, äh, ja. Wenn ihr die noch zu Hause habt, dann probiert sie doch mal aus und schreibt mal, äh, was ihr so zu sagen habt. Wir sehen uns in ein paar Stunden im Studio. Dann, äh, sage ich euch, wie es aussieht. Es ist heute mittelmäßig warm. Ich habe, ähm, keinen besonders stressigen Arbeitstag vor mir. Äh, so ein bisschen, ne? Und, äh, ja, dann sehen wir mal weiter. Ich werde mir auf jeden Fall meine Haare wieder hoch machen, ne? Ich meine, es sieht zwar geil aus mit offenen Haaren, ne? Aber das ist mir zu warm. Voll die Matte gekriegt, Leute. Sleepshaar, ne? Voll geil. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Ja, sind wir mal. Ganz anderes Setup hier. In meinem Schlafzimmer. Äh, ich chill hier oben gerade noch einen Moment, weil ich noch einen Moment Zeit habe. Und muss leider sagen, guck dich das mal an. Ja, das ist jetzt, äh... Ihr seht, was ich meine, ja? Aber ich wollte euch halt das mal zeigen, was leider die Foundation mit meinem Gesicht macht. Also... Ja, ne, klar, ich habe Falten, aber so doll. Ihr seht aber auch genau, das sind diese Knitter-Trockenheitsfältchen. Und die, finde ich, äh, sind ja im Moment bei mir sowieso mehr geworden, wie ich das Gefühl habe. Aber mit dieser Foundation finde ich es heftig, leider. Leider, leider, leider finde ich das richtig schlimm mit dieser Foundation. Schade, ne? Weil eigentlich fühlt sich mega gut an, alles schickimicki, aber das ist nicht so schön. Wir gucken uns heute Abend nochmal an. Es ist jetzt, äh, 14 Uhr. Ähm, können wir heute Abend nochmal gucken. Aber erstmal... Sieht doch so schön knitterig aus. Ja, äh, halb acht im Studio. Und hier ist nochmal die krasse Wahrheit. Guck mal, ne? Kein Mensch macht dieses, ne? Sieht eigentlich ganz okay aus. Ich finde, hier ist sehr viel weg. Und, ähm, die Falten sind etwas besser, weil ich das Gefühl habe, meine Haut hat auch ein bisschen nachproduziert, ne? Und, ähm, es ist nicht mehr so wie vorhin. Ich weiß nicht. Ich würde es vielleicht, weil ich einfach, äh, so... Mir hat das schon, das Ergebnis gut gefallen am Anfang. Und, ähm, ich würde es nochmal ausprobieren, jetzt wenn der richtige Sommer hart ist. Und vielleicht auch nochmal mit, ähm, einem anderen Primer vielleicht ein bisschen was Feucht, noch Feuchtigkeitsspendenderes. Weil ansonsten, ne, guck mal, es sieht echt ganz gut aus. Also auch so diese Blush, dieser Blush-Bereich und Stirn-Bereich und so sieht eigentlich echt, mal abgesehen von, ne? Ihr seht ja hier diese relativ starken Falten. Ich muss das mal in Auge breiten, ob das bei den anderen Foundations jetzt auch so war. Ist euch das aufgefallen? Ich glaube, für ganz trockene Haut ist es vielleicht eher weniger was. Ansonsten finde ich es irgendwie ganz geil, ne? Muss man sagen. Und es ist vielleicht nicht unbedingt was für den allerlängsten Arbeitstag. Das würde ich vielleicht auch mal so sagen. Ja, ihr Lieben, berichtet, ob ihr das auch, ob ihr die auch habt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!